Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark Cloud für die PlayStation 4. Ja, liebe Leute, letztes Mal war es jetzt nicht so actionreich, denn da haben wir hier in Queens sozusagen erstmal alles aufgebaut, was wir zum Aufbauen hatten. Jetzt werden wir uns wieder mal ins Wrack begeben, um dort, ich sag mal, ein, zwei Verließe, wenn es sich schon ausgehen, dass wir mal das machen und ich glaube nicht, dass wir bis dahin wieder genügend Atlas-Items haben, um irgendwas im Dorf aufzubauen. So, Schiffsteck 9, es gibt jetzt keine Atlas hier, das heißt, entweder sind wir gezwungen, mit jemand anderem zu spielen, oder es gibt wieder so einen Miniboss und da passiert was. Captain, da ist jemand. Hehehe, jede Landratte, die Unfug auf meinem Schiff treibt, ist Fischfutter. Hiu, hallo allerseits. Verfütter ihn an die Haie. Ähm, Captain, äh, er ist da drüben. Oh. Ach, das sehe ich auch, du Narr. Dorthin, verfütter ihn an die Haie. Ähm, ja, ist so. Äh, okay, diesmal kein, äh, kein Quicktime Event, sondern tatsächliches Kämpfen hier. Aber, das klappt ja mit, macht sie ganz gut, denn, äh, ouchi, ouchi, was war denn das hier? Okay, jetzt noch die Kanone und dann hätten wir das auch. Ähm, uffa. Ja, das ist schwieriger an diesem Kampfe ist, sind eher die, uah, verdammt. Diese Balken, die uns die Sicht blockieren. Ähm, kampf selber ist gar nicht so schwer, wie ihr gerade seht, das war's auch schon. Dafür gibt es auch eine Schatztruhe mit einem, ja, den Haken, um in die nächste Ebene zu gelangen. Das war jetzt, äh, eine ziemlich kurze Ebene. Aber, war so geplant, was ist das hier? Da ist der Kristall, der rotstrahlt. Vielleicht hat er etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun. Vielleicht müssen wir uns diesmal Ruby holen. Ah, ob er auf eine Zauber reagiert. Hm, nicht wirklich. Hm... Vielleicht brauche ich hier Feier? Das ist sehr schwachsinnig. Dass ich hier tatsächlich Feier... ähm... Zauber benötige. Hm, na gut. So viel dazu. Gut, dann gehen wir gleich mal zur nächsten Ebene. Das müsste jetzt Ebene 10 sein. Und wir wechseln auch gleich wieder an unsere... Ja, lass mal gucken, wie stark sie denn eigentlich ist. Vielleicht ist hier... äh, gar nicht so schwach. Gut, mit dem Ring vielleicht doch, weil... Diese ist hier auch schon eine Spur besser, zumindest... Könnten wir hier sogar noch ein bisschen Kälte reinsetzen. Und hier geht's ja eigentlich auch mehr darum, dass wir... Ihren Ring ein bisschen aufwerten... Für vielleicht kommende... äh... Ebenen, wo wir wirklich nur mit ihr spielen können. Oh, verdammt... Das wäre halt so... Mann! Äh... oh mein Gott, diese verdammte Kanone... Der Seas ist down. Äh... Äh... Satz, Mann... Mann, 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 Mann... Diese... Diese Kanone hier ist wirklich... ...nicht ohne. Vor allem, hier muss man tatsächlich... ...versuchen... ...geschickt auszuweichen. Sonst hat man hier ganz schnell ein gewaltiges Problem. Okay. Und hier haben wir schon die Karte. Und da sehen wir... Ist jetzt nicht allzu... Oh mein Gott, wo kommt die hier? Ist jetzt nicht allzu groß das Gebiet. Also... Werden wir vermutlich... ...relativ flott hier abschließen. Und dann müsste sich auch noch... ...die nächste Ebene ausgehen in diesem Part. Und wie ihr seht... ...haben wir schon... ...die Waffe geskillt. Und rüsten sie auf. Auf plus 6 müsste es jetzt sein. Und... ...gucken wir mal, ob hier etwas geht. Ne, da haben wir noch zu wenig. So, plus 6, ja gut. Plus 6 ist natürlich nice. Sollten darauf passen, dass... ...die Waffe nicht kaputt geht. So verwinkelt hier alles. Also ihr seht's, jetzt muss ich hier gleich mit... ...die Waffe reparieren... ...reparieren von Mao Z. Sonst ist es nämlich zu Ende... ...mit ihrer Waffe. Ah, was haben wir hier? Ein Schatztruhen-Schlüssel erhalten. Das ist das erste Mal, dass wir so ein Schlüssel erhalten. Denn das sind, glaube ich zumindest... ...die Schlüssel für den großen Schatztruhen... ...die uns immer fragen, ob wir... ...einen Schlüssel benutzen wollen... ...oder vielleicht doch eher... ...die Falle entschärfen. Und jetzt haben wir erstmal so einen Schlüssel. Und damit... ...müssen wir das nächste Mal nicht... ...drauf losraten. Wobei das bis dato eigentlich immer gut geklappt hat... ...muss ich sagen. So, wagen wir's, wagen wir's... ...ja, wir wagen's, komm... ...etwas Geld verloren. Ja, super. Das ist voll. Was könnten wir verwenden? Schauen wir mal hier... ...ja, wir könnten hier mal das Brot geben... ...das ist jetzt... ...ganz okay. ...und kriegen... ...eine Nussbombe. Eine Nussbombe ist immer ganz gut. Ganz, ganz wichtig bei... ...bossen zum Beispiel. ...spielen. Oh, die Kanone... ...die sollte man vielleicht... ...ich probier's mal im Nahkampf. Wobei... ...es vielleicht... ...mit ihm... ...nicht zu gut ist... ...den... ...manage die... ...das ist over. Oh man... ...das gibt's ja nicht... ...das Drechsel... Oh mein Gott... ...hier sind zwei Leute... ...hier sind zwei... ...ich weiß nicht ob das so klug ist... ...hier zu bleiben... ...die erste wäre mal kaputt... ...und die zweite ist auch kaputt... ...so... ...das war jetzt wieder ein bisschen... ...fordernder... ...als sonst... ...und weil wir hier gerade beim Brunnen sind... ...nochmal kurz... ...Mauzi... ...so... ...jetzt müssen wir hier runter... ...genau... ...dort... ...da wäre dann auch das... ...ende dieser Map... ...um in das nächste Gebiet zu gelangen... ...aber... ...ja... ...könnten wir... ...prinzipiell schon... ...dann wir haben ja schon... ...diesen Haken... ...gefunden... ...und hier haben wir wieder... ...zwei unserer Freunde... ...oh Mann... ...oh Mann... ...der Käpt'n ist auch noch hier... ...alter Schwede... ...jetzt wird es aber hier... ...mit diesen Kanonen... ...nicht mehr so lustig... ...ich mein... ...eine Kanone ist hier... ...okay... ...aber zwei sind dann... ...schon... ...wieder... ...nicht mehr so okay... ...eine auch schon... ...ziemlich... ...anstrengend... ...ich glaube man muss hier einfach ein bisschen... ...zwei Schüsse... ...pause... ...und dann... ...also nicht so rushen... ...wie man es... ...sonst gewohnt ist... ...so... ...guck mal was wir hier Schönes haben... ...in unseren... ...Atlassen... ...eine Fackel... ...und... ...was haben wir hier Schönes... ...ein... ...jaja... ...das dürfte vermutlich... ...entweder der Name von irgendjemanden sein... ...oder... ...irgendein Tier... ...ah... ...verdammit... ...und jetzt haben wir hier ein Problem... ...das heißt wir müssen jetzt... ...wiederbelebungspulver... ...hoffentlich haben wir noch eins... ...ja... ...eins haben wir noch... ...lass mich nicht vergessen... ...müßten wir uns... ...schnappen... ...bem Händler müssen wir noch ein neues kaufen... ...ja... ...ja... ...das ist... ...ich verstehe es noch nicht ganz, weil... ...warum sollte ich nicht... ...das verstehe ich nicht ganz... ...warum ich nicht hier mit... ...ähm... ...warum ich hier unbedingt Feuer benötige... ...das ist total bescheuert... ...das ist wirklich... ...total bescheuert... ...naja, was müssen wir tun... ...ok... ...da brauch ich wieder sie... ...Mauzi ist hier... ...schon wirklich... ...ahm... ... der meistgespielte Charakter in dem Spiel, obwohl ich sie anfangs gesagt wirklich eher nicht gezockt habe. Stimmt, wir können ja hier noch was reinlegen. Da haben wir nochmal Angriff Plus Eins rein. Also nicht und... Da nehmen wir noch so einen Metallbrecher. Man weiß ja nicht was vielleicht noch kommt hier in dem Spiel. So und hier haben wir noch zwei Atlassern und eine Rose. Also irgendwas kommt hier noch von mir. Hier kommen wir dann noch entgegen. Ne, von der Seite und das ist nur ein Captain. Also Captain ist jetzt nicht so tragisch und hat auch in Reparaturpulver fallen gelassen. Wo ist das ganze Spur... Erfrischender macht sooo... Da haben wir es. Das ist wahrscheinlich der Magie. Dingsbums. Zauberkristall. Ja, danke. Sehr toll, dass du mir jetzt am Ende zeigst. Wo die Atlassern sind, aber... Das haben wir mittlerweile selbst herausgefunden. Und deswegen... Das wäre jetzt der letzte Atlas und das ist eine Handkare mit Obst. Sooo... Dann hätten wir auch diese Ebene abgeschlossen. Und... Gehen wir mal... Hier den Haken ab. Und raus geht's hier in die nächste Ebene. Das ist die Ebene 11. Und das wäre dann... Achso... Sehe ich jetzt nicht, was es hier gibt. Okay, Leute. Es ist aber leider so, dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Also es gingen sich doch nicht... Also es gingen sich ja zwei Ebenen aus. Die eine war zwar ziemlich kurz, aber ich dachte eigentlich, dass ich die auch noch ausgehen würde. Leider nicht. Deswegen müsst ihr euch bis zum nächsten Mal gedulden. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, Leute. Ich hab's wie immer genossen. Und... Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute!